Der Xiaomi TV-A 65 Zoll 2025 bringt mit seinem schlanken Design und beeindruckenden Bildqualitäten frischen Wind in die Wohnzimmer. Doch was genau macht dieses Modell so besonders? Das Xiaomi präsentiert sich in einem modernen Design mit einem schmalen Metallrahmen, der die Grenzen zwischen Bildschirm und Umgebung nahezu verschwinden lässt. Durch den Verzicht auf breite Ränder fokussiert sich der TV vollständig auf die Bildwiedergabe. Mit einem doppelten Standfuß und einem 400x300mm Weser-Wandhalterungsstandard ist er flexibel platzierbar und verleiht dem Raum eine futuristische Optik. Schauen Sie im Amazon-Link unten vorbei, um sich dieses Meisterwerk für Wohnzimmer zu sichern. Der 65 Zoll Bildschirm des Xiaomi überzeugt durch gestochen scharfe 4K-Auflösung und detailreiche Farben. Dank HDR10 und HLG genießen Sie ein breites Spektrum an Helligkeit und Kontrast, das lebendige Farben und tiefe Schwarzwerte bietet. Die MEMC-Technologie reduziert Unschärfen und lässt Action-Szenen und Sportübertragungen besonders flüssig erscheinen. Tauchen Sie ein in atemberaubende Bildwelten und vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren für mehr solcher Tech-Highlights. Mit einem kraftvollen Stereoklang und Technologien wie Dolby Audio und DTS Virtual wird auch das Klangbild zum Erlebnis. Die 10-Watt-Lautsprecher sorgen für satten Sound und klare Dialoge, während DTS Virtual ein immersives Klangerlebnis simuliert, das sie direkt ins Geschehen katapultiert. Erleben Sie TV-Sound in neuer Dimension, der Ihnen das Gefühl gibt, mitten im Geschehen zu sein. Gefällt Ihnen das Video? Dann lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da. Als Smart TV der neuesten Generation wird das Xiaomi A65 2025 mit Google TV betrieben und bietet damit Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Apps, Medien und Diensten. Mit der Google Assistant-Integration können Sie den Fernseher per Sprachsteuerung bedienen, was die Nutzung besonders komfortabel macht. Google Chromecast und Miracast ermöglichen das einfache Spiegeln von Inhalten vom Smartphone oder Tablet. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar und lassen Sie uns wissen, was Sie von diesen smarten Funktionen halten. Wie bei jedem technischen Gerät gibt es auch beim Xiaomi Licht- und Schattenseiten. Nachteile Nur eine USB-Schnittstelle Keine Unterstützung für höhere Bildwiederholraten Keine Mikrofon-Stummschaltung im Sprachassistenten-Modus Vorteile Hochwertige Bildqualität mit 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung Dolby Audio und DTS Virtual für erstklassigen Sound Google TV mit integriertem Chromecast und Sprachsteuerung Zeitloses und minimalistisches Design mit dünnen Rändern Der Xiaomi TV A65 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein umfassendes Smart-TV-Erlebnis mit hoher Bildqualität, intuitiver Bedienung und modernem Design suchen. Mit seiner Kombination aus HDR-Technologie, lebendigem Sound und Google TV integriert er sich nahtlos in das smarte Zuhause. Schauen Sie im Amazon-Link in der Videobeschreibung vorbei und erfahren Sie mehr über dieses außergewöhnliche Modell und vergessen Sie nicht uns zu abonnieren und das Video zu kommentieren.